Hi und Servus mal wieder zum Review von Turbo. Heute auf dem Tisch mal wieder ein Gewehr von meiner persönlichen Lieblingsmarke ICS, die IK Serie. Genauer gesagt handelt es sich hier um die schöne schwarze hier, das ist die IK GR. Die Holzversion wäre die GRM. Heute geht es aber hier um die etwas, ich sag mal, taktischere, modernere Variante hier in schwarz mit dem Kunststoff Handguard. Kurzer geschichtlicher Hintergrund, die Galil ist ein Sturmgewehr der israelischen Armee, der Vorgänger der neuen Tawar, Taw 21, eine Bullpup Knarre, das hier ist so, ich sag mal, der coole Vorgänger. Diese Waffe basiert auf dem System einer AK, also einer Kalaschnikow, allerdings adaptiert im Kaliber 5,56 NATO. Gibt es auch in anderen Kalibern, aber das hier ist so, wofür sie damals gedacht war. Coole Geschichte. ICS, schön bedruckter Koffer, unterscheidet sich ein bisschen von den anderen Koffern, wie jetzt beispielsweise aus der CXP Reihe, diese sind ja immer komplett schwarz, mit so lustigen Mustern und wie auch immer. Der erinnert mich ein bisschen mehr an meine IK 74, schön bedruckt hier mit den Gewehren und so. Also ist eigentlich ziemlich cool, sieht gut aus, also ich bin damit zufrieden. Schöner Karton. Ich mag die Pappkartons von ICS immer ganz gern, auch wegen dem schönen Inlay hier, alles ist wunderbar an seinem Fleck wie immer. Was auch noch hier schön ist, ein Prüfprotokoll der Firma Begadi, die Waffe Chrome mit bis zu 1,8 Joule, ziemlich performant, nicht schlecht. Natürlich hier wieder die schöne Broschüre. Das hier wäre jetzt die dritte Variante, die es noch davon gäbe, das ist die mit kompletten RIS und durchgehender Picatinny Rail, aus dem wir es auch hier hinten am Hinterschaft noch so eine Wangenauflage dran, naja, auch nicht schlecht. Bedienung, Do's and Don'ts, Zerlegung, Explosionszeichnungen, alles wie gehabt, ganz cool. So sieht es innen drin aus, wie gesagt, das gute Kunststoffinlay. Wir haben natürlich, wie bei ICS üblich, Tüchchen echt nicht schlechter BBs, zwei Sicherungen, wir haben ein Tool zum Einstellen des Korns, wir haben zwei Highcap Magazine aus Metall, hier oben einzufüllen und aufzuspannen. Nehmen wir gleich mal eins raus. Wir haben natürlich einen Putzstock, Schrägstrich Jamming Rot und natürlich die Knifte selbst. Auch immer mit dabei eine ICS Laufsocke. Nicht schlecht, es hat Zubehörer. So, Putzstock, das brauche ich jetzt nicht mehr. So, dann guckt man sich das coole Stückchen mal an, also ich bin echt ein großer Fan davon. Und das sage ich nicht nur so, weil ich bin eigentlich immer Fan von exotischen Waffen und hier nicht von der Standard M4. Und das hier ist echt cooles, kleines Gewehr. Wobei, so klein ist sie nämlich mal. So, gucken wir es uns an. Technische Daten, Leute. Es ist, wie gesagt, eine SAEG, schießt nur Semi, kein Vollauto. Kaliber 6mm BB, wir verfügen natürlich über ein einstellbares Hop-Up, ein Schiebe-Hop-Up, kein Dreh-Hop-Up, Dial-Type, sondern mal wieder, wie bei der AK-typischen Schiebe-Hop-Up, was ich ja sehr gern mag. Gehe ich noch drauf ein. Material der Waffe. Hauptsächlich Metall, also was ich echt nicht schlecht finde. Wir können mal gerne mal das Maßband hier rauspacken für die Maße. Wir haben nur diesen kleinen Kunststoff, Front Guard, sage ich mal. Wir haben hier hinten, ja, eigentlich ist es auch Metall. Darüber hinaus ist eigentlich bloß noch Pistol Grip aus Kunststoff. Und der Rest an der Waffe ist wirklich Metall. Wir haben eine Länge von, eingeklappt, 75 cm und ausgeklappt von 98 cm. Wir haben eine maximale Energie von circa 1,7, 1,8 Joule. Das habt ihr ja auf dem Blättchen schon sehen können. Ich habe sie auch so mit circa 1,7 gecroned, das kommt ganz gut hin. Die Magazine sind Highcaps mit einer Kapazität von circa 400 Schuss. Da habt ihr zwei dabei, was eigentlich nicht schlecht ist, wobei ich bin kein Highcap-Fan. Aber ich meine, mit 800 Schuss, da kann man schon eigentlich mal den ganzen Tag spielen damit. Gutes Package. ICS. Der Lauf hat eine Länge von über 510 mm, also für ein Sturmgewehr echt sehr imposant, wenn es keine Bullpup ist. Also ich glaube, das dürfte jetzt mittlerweile vielleicht sogar der längste Lauf an einem konventionellen Sturmgewehr sein, den ich bisher hatte. Also nagelt mich nicht fest, aber er ist sehr, sehr lang für ein Sturmgewehr. Zu den Turtles, wir verfügen über eine V3 von ICS, also eine sehr, sehr gute Gearbox, die ich auch an diversen Laufen selbst nutze. Wir haben Stahlgears, wir haben 7 mm Kugellager, der Piston ist verstärkt und inventiliert mit 8 Löchern. Auch nicht verkehrt. Außerdem ist die Knifte in dem sogenannten Quick Disassembly Design aufgebaut. Einfach mit ein paar Sachen zu zerlegen, hier den Upper runter, die Gas Tube runter, Handgun lässt sich leicht runter machen, Laufpaket lässt sich rausziehen mit zwei Madenschrauben. Dann könnt ihr einfach schon die ganze Gearbox rausziehen, wenn ihr noch den Fire Selecter rausschraubt. Also es sind echt nur wenige Schritte, ziemlich cool. Angegeben, in 5 Schritten, ich glaube es zwar jetzt nicht ganz, dass es nur 5 sind, aber naja, wollen wir es mal glauben. Fakt ist, es ist sehr, sehr simpel, weil an der Waffe wenig dran ist, das ist echt von Vorteil. Und deswegen liebe ich auch AKs und die Derivate von AKs, weil es einfach sehr, sehr simpel ist. Ein Gewicht der Waffe haben wir jetzt in dieser Version hier von circa 3 Kilo. Aufgrund der Länge, sage ich mal, verteilen sich sehr schön, die Balance ist wirklich super. Und ihr habt eigentlich ein schönes Gewicht, es ist kein Spielzeug, aber sie ist ganze Zeit nicht zu schwer. Bei der GRN aus Holz, die ist deutlich schwerer, aber die hat natürlich auch noch eine Holzschaft und ein Zweibein mit dran. Die wiegt natürlich auch ein bisschen mehr. Nichtsdestotrotz, sehr angenehmes Gewicht, ich bin damit sehr zufrieden. Genau, gucken wir es uns doch mal an, den ganzen Spaß. Bisschen so die Highlights der kniffte Flash Hider, ist aus CNC gefressten Alu. Finde ich jetzt optisch eigentlich sehr angenehm, gefällt mir gut. Ist jetzt nicht so schön wie jetzt mancher Flash Hider in diesem schönen Israeli-Design oder wie jetzt zum Beispiel bei meiner Transform Force. So ein richtig geiler mit seitlichen Pulverentlass-Schnitzen, ziemlich cool. Nichtsdestotrotz, echt nicht schlecht. Klappschaft ist aus Alu, der ganze Klappmechanismus allerdings hier hinten besteht aus Stahl. Wir haben zwei Ösen an der Waffe und zwar einen hier hinten, perfekt geeignet für einen One-Point-Sling und einen hier vorne. Das heißt, ihr könntet eigentlich auch einen ganz normalen 2-3-Punkte-Sling hinbauen. Ich persönlich würde diese Waffe aber wunderbar über diesen Stahlbügel hier mit einem One-Point-Sling schießen wollen. Also das ist eine feine Geschichte. Wir haben an der Waffe eine unklappbare Visierung mit Dimmungsmarken. Und zwar, das könnt ihr einfach mal hier vorne erkennen und hier hinten. Diese lassen sich auf- und abklappen. Hier im Korntunnel habt ihr jetzt im Moment die ganz normale Visierung an der Knarre dran. Das könnt ihr hier erkennen, also ein relativ feines Korn. Und die Kämme hinten mit einem Well-Bahn-Diopter in zwei verschiedenen Durchmessern. Darüber hinaus, wie gesagt, könnt ihr dann eben diese Dimmungsmarken hier hochklappen und hier hinten eine V-Kämme. Und schon sieht das alles wieder ein bisschen anders aus. Und ich bin der Meinung, für das Airsoft ist es sogar die bessere Möglichkeit. Das könnt ihr hier erkennen. Ich finde es echt nicht schlecht und die Zielerfassung damit ist für eine Airsoft durch Ironside echt schön möglich. Also da bin ich begeistert. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir richtig, richtig gut. So, was haben wir denn noch? Wir haben Markings auf Hebräisch, wie beim Original. Sehr, sehr schön. Schauen wir mal, ob ihr es halten könnt, ob ihr das erkennen könnt. Hier in den Body eingelassen, diese ganzen hebräischen Schriftzeichen. Leider zu den Markings. Diese stechen hier ein bisschen raus. Wir haben hier Begadi, die Kaliberangabe, FM-Fünfeck, eine fortlaufende Seriennummer. Diese unterscheiden sich hier halt schon deutlich von diesen schönen eingelassenen Markings hier auf dem Body. Nichtsdestotrotz gibt es Schlimmeres, weil an der Waffe darüber hinaus eigentlich sonst nichts mehr ist. Auch hier haben wir auf dem Lower Receiver noch ein paar kleine Markings auf Hebräisch. Einfach für den Indikator, also als Indikator für den Fire-Selector-Switch. Gefällt mir eigentlich wirklich gut. Genau, eine Besonderheit der Waffe, klappen wir mal den Klappschaft mal kurz aus, nach unten und auf. Die Waffe verfügt natürlich über den AK-Style Fire-Selector. Natürlich hier in dieser Position ist er safe, vollautomatisch, semi-automatisch. Kann aber auf der linken Seite der Waffe ebenfalls genutzt werden. Und zwar hat die Galin, und zwar auch hier in der schönen ICS-Vision, einen funktionierenden Down-Fire-Selector-Switch. Den könnt ihr hier erkennen. Und zwar, der geht zwar recht streng, aber durch Schieben kann man auch die Waffe in den jeweiligen Feuermodus oder Sicherungsmodus versetzen. Das zeige ich euch mal auf der gegenüberliegenden Seite. Durch diese verbundene Mechanik bewegt sich dann hier der AK-Hebel. Das könnt ihr hier erkennen. Wie vom Geisterhand klappt der dann durch die Gegend. Finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht. Man kann es machen, aber es geht sehr, sehr streng, muss ich dazu sagen. Und was mir auch nicht gefällt, dieser Feuerballhebel ist im Vergleich zu meiner EIS-Style. Der AK-Hebel ist an dieser ICS hier sehr, sehr scharfkantig. Hätte man schöner lösen können. So, jetzt könnt ihr das gute Stück im ausgeklappten Zustand begutachten. Das Magazin fügen wir auch mal ein. Ist wie bei einem AK einzufügen. Eigentlich sehr familiär, da gibt es kein Problem. Genau, das wäre es dann eigentlich schon mal zu den Highlights. Jetzt kommen wir auch gleich zur Bedienung des guten Stücks. Entschuldigung, ich war heute spielen in München. War sehr, sehr cool. War sehr kalt. Jetzt bin ich ein bisschen fertig, aber ich möchte das Review noch fertig machen. Sehr cooles Gewehr, gefällt mir richtig gut. So, gucken wir es uns an. Zu der Optik habe ich eben schon was gesagt. Diese lässt sich hier oben einstellen in der vertikalen und hier hinten lässt sich es in der horizontalen einstellen. Man hat beide Möglichkeiten, wenn man es denn möchte. Genau. Des Weiteren verfügt die Waffe hier oben über eine 22mm Picatinny Rail. Und zwar in der vorderen Hälfte. Man könnte Optiken drauf bauen. Ich persönlich muss jetzt sagen, naja, optisch ist es nicht mein Fall, wenn man einfach Optics hier in der vorderen Region der Waffe montiert. Aber klar, je nach Gusto. Man kann es machen wie bei den Russen, so ein Cobra Mount oder sowas in der Richtung. Sehr cool. Leider hat diese Waffe nicht, wie eine AK, dieses seitliche Mount, um einfach so PSOs oder irgendwas draufzuschreiben. Das hat sie leider nicht. Das wäre natürlich super cool für mich. Dann würde ich mir sie sofort holen. Aber nichtsdestotrotz, halte eine reine Ironside-Knifte, außer ich baue was vorne drauf. Aber die Ironsides sind echt nicht schlecht. Genau. Wie gesagt, noch weiter, linke Seite der Waffe, der schon angesprochene Fire-Selector-Switch erreichbar mit dem Daumen. Rechte Seite der Waffe, aber ein bisschen mehr. Wir haben den AK-Style Fire-Selector-Switch, der natürlich auch einfach so zu bedienen ist, habe ich euch schon gezeigt. Wir haben eine große Magazin-Auslöse-Wippe, diese ist auch beidseitig bedienbar. Allerdings hat sie von der rechten Seite hier so eine Pedalverlängerung, so muss man sagen, das kann man hier gucken. Hier steht das Blech ein bisschen weiter raus. Auf dieser Seite ist es nicht der Fall. Also eigentlich ist es für Rechtshänder gedacht, das Magazin rauszuziehen. Genau. Des Weiteren verfügen wir hier über den AK-typischen Nachladehebel. Dieser ist allerdings galentypisch verlängert. Ähnlich auch wie bei einem, ich glaube, finnischen Valmet RK, wie heißen sie, RK 62, glaube ich. Zur Bedienung für Handschuhe und so weiter, das man hier schön anpacken kann. Sehr cool. Leider hat sie Waffe keinen Bolt-Catch, aber gibt hier den Blick auf die Schiebe-Hop-Up-Unit frei, welche einfach intuitiv durch Schieben zu verstellen ist. Was ich sehr, sehr geil finde, ich bin größter Fan von Schiebe-Hop-Up-Units, weil ihr auf den ersten Blick den, ich sage jetzt mal, Zustand eures Hop-Ups ablesen könnt, ob es auf oder zu ist, weil ich meine über den Drehschieber oder so, Entschuldigung, so ein Drehschalter, wie auch immer, Drehmädchen lässt sich ja das eigentlich überhaupt nicht ablesen, in welchem Zustand mein Hop-Up ist. Wenn ich die Waffe nach einem halben Jahr aus dem Schrank räume, ich habe ja keine Ahnung, wie mein Hop-Up eingestellt ist, außer ich baue einen Lauf aus und gucke rein. Hier weiß ich immer, okay, es ist auf, es ist zu, wie auch immer, und es ist stufenlos. Ihr braucht hier nicht großartig rumrasten, sondern ihr könnt einfach von voll auf ganz deaktiviert innerhalb von stufenlos schalten. Das ist so die zweite Variante, was ich an dem Teil zu Teil mag. Sehr geil. Also für mich Schiebe-Hop-Up-Unit, klasse Ding, immer zu empfehlen. Jeder, der es noch nicht gemacht hat, sollte es sich mal angucken. Böse, geil. Genau, was haben wir denn noch hier, ein schönes an der Waffe? Zum Thema Bedienung, Optiken haben wir schon. Genau, wir hätten hier hinten den Knopf zum Runternehmen des Uppers, eigentlich wie bei einer AK. Zeige ich euch auch noch kurz. Kommen wir ganz kurz zum Klappschaft. Dieser hier ist ein bisschen speziell, aber er ist traumhaft, Leute. Es ist ein schöner Skelettschaft, wie gesagt, aus Alu. Aber an der Mechanik, wo die Kraft wirkt, ist er auf Stahl sehr, sehr geil gemacht. Die Bedienung ist ein bisschen anders als bei anderen Waffen, weil meistens hat man irgendwie Druckknöpfe zum Entriegeln. Bei dem Teil hier läuft es anders. Und zwar müsst ihr den in Richtung des Erdbodens, also in diese Richtung nach unten, so quasi erstmal runterschieben. Das könnt ihr hier sehen, der kann sich so leicht bewegen. Dadurch entriegelt sich hier das V-Gelenk und er rastet wieder ein und er ist auch in dieser Position am Festen. Also ihr könnt das Teil packen und der bleibt da. Also da brecht er hier hinten eher alles ab, bevor sich das Teil aufmacht. Leider ist es dann halt auch ein bisschen eine Fummelerei, das Ding hier wieder so runterzuschieben. Also ich empfehle, das Teil so zu halten, mit beiden Daumen das Ding leicht nach unten zu schieben. Und dann könnt ihr den wieder aufklappen. Das könnt ihr hier schön auf der anderen Seite erkennen, wie diese zwei Schieber ineinander greifen. Das könnt ihr hier erkennen und dann richtig fest einschnaggeln, wie man hier im Bayerisch sagt. Sehr, sehr cool. Und das Geile ist, Leute, obwohl dieses Ding sehr filigran ist, diese Hinterschaft hat absolut kein Spiel. Oder so gut wie Nullspiel, sagen wir es mal so. Also der ist wirklich wie Real Steel. Das ist auch das Geile in der ganzen Waffe. Ich nehme das Ding hier vorne am Lauf und ich nehme das Ding hier hinten am Hinterschaft und probiere es jetzt mal hier rum zu biegen. Das Einzige, was ihr hier klappern hört, ist das Magazin. Ich gebe die ganze Zeit richtig Kraft hier hinten und vorne drauf. Das Teil biegt sich nicht. Das ist ein Traum. Dafür, dass das Gewehr so filigran ist. Also ich habe schon auch KSG gesehen und andere Kniften, die wackeln hier um von vorne nach hinten über bis zu ein, zwei Zentimeter. Das ist abartig. Und das Ding ist verwindungssteif ein Traum. So muss für mich eine Waffe sein, vor allem wenn sie Klappschaft hat. Geil, absolut geil. So muss das sein. Genau. So, dann gucken wir uns jetzt mal leider eins der, ich sage mal, ärgerlichen Dinge an. Die Magazine, die Standardmax. Sie fieden gut, das gleich mal vorne weg. Aber was man auf den Zeiger geht, die wackeln wie ein Kuhschwanz. Ich gucke es euch mal an. Ich halte die Waffe jetzt mal still und jetzt könnt ihr mal gucken, wie die Dinger wackeln. Also die gehen von Seite zu Seite über, würde ich jetzt mal behaupten, ja, mindestens 10 Millimeter. Vielleicht sogar eher 12, 13. Also von Anschlag zu Anschlag, äh, furchtbar. Also das ist überhaupt nicht meins. Aber, würde ich, es gibt Abhilfe. Die Waffe ist weitestgehend, ähm, weitestgehend kompatibel mit TM Magazin. Genauer gesagt, ähm, passend, also definitiv passend sind Pirate Arms, äh, Ares, die Begali Typ 12, Entschuldigung, 22, 21, genau, GB und ICS. Bäh, was laber ich heute. So, und das hier ist jetzt zum Beispiel eins meiner standardmäßigen AK-Max, und zwar ist es ein Begali Typ 22. Und diese fieden hervorragend und sitzen richtig streng. Kann man nicht erkennen, ne? Ganz normal, AK, vorne einhängen, runterklipsen und das Ding sitzt, ne? Ich halte es jetzt hier, alter, alter, wackelt gar nichts an. Hat kein seitliches Spiel, hat kein Spiel nach vorne, oder, naja, Millimeter, das ist ein Witz, ne? Und plötzlich klappert an der Schwaffe auch kaum mehr was. Das Einzige, was uns hier noch klappert, ist, ja, die Gas Tube und der Upper Receiver, aber das liegt am System, was ich euch noch zeige. Nichtsdestotrotz, cooles Teil, wirkt halt jetzt ein bisschen anders, weil es ja halt jetzt ein stark gekröpftes Magazin hat. Das könnt ihr ja hier eigentlich schon anhand des Kurvenverlaufs der Magazine erkennen. Das AK-Magazin ist deutlich stärker gekröpft. Aber ich muss dazu sagen, ist doch cool, also ich finde das geil, also mich stört das jetzt nicht. Vor allem, da es ja auch ein AK-Derivat ist, klasse Geschichte. Und sie fieden toll, mit denen habe ich erst heute gespielt, die sind jetzt voller Dreck. Aber top max, fieden super, habe ich auch einen Schusstest gemacht an dem geilen Teil, bin sehr zufrieden damit. So, dann machen wir jetzt einen kleinen kurzen Fieldstrip, der ist an der hier ein bisschen filigraner, weil ich muss sagen, ich hatte bisher leider keine ICS mehr in der Hand, die so, Entschuldigung, perfekt ist wie meine AK-SWI-K-Serie. Geil, aber, naja, guckt es euch an. Das hier oben ist alles so quasi eine Klemmung, die Gas-Tube hier wird nach vorne geklemmt über den Upper und der Upper ist hier hinten so quasi federnd durchgespannt durch den Nachladehebel. So, jetzt mal kurz, tun wir das Magazin raus. So, jetzt drücken wir den Knopf für den Upper, drücken und ziehen. So, nimm mal eins. Es fliegt wahrscheinlich gleich hier alles durch die Gegend. Ne, es geht. So, genau. Jetzt habe ich hier den Stahlapper in der Hand, mitsamt der Diopter-Einheit. So, zum Vorschein kommt jetzt hier natürlich schon mal ein Teil der Gearbox, der Tamiya-Connector und die Sicherung. Jetzt könnt ihr natürlich schon sehen, worum es sich so handelt. Die Waffe frisst nur Stick-Types oder einen kleinen Lipo-Bar. Da müsst ihr gucken, weil, wo soll er sonst hin? Ne, im Front-Guard kommt nichts rein, sondern es ist hier oben die Gas-Tube. Die Gas-Tube, die ziehe ich jetzt mal ein bisschen raus, aber dazu muss ich erst, sorry, den Nachladehebel hier ein bisschen rausziehen. So sieht das aus. Die Gas-Tube besteht aus Aluminium, ist hohl innen, das könnt ihr erkennen. Man kann auch durchgucken. Ihr könnt erkennen, das ist alles so zusammengesteckt. Diese kommt hier vorne in eine kleine Führung rein, mit diesen zwei kleinen Laschen. Dann hier vorne mit dem Teil hier auf diesen Durchmesser draufgeschoben, auf diesen Zapfen. Damit klemmt es sich hier schon mal und wird dann einfach von hinten mit dem Blech aber festgeklemmt. Ist natürlich klar, dass ihr hier ein bisschen Spiel drin habt und auch eine gewisse Klappergeräuschkulisse. Könnte man, bin ich der Meinung, das könnte man hier mit ein bisschen unterlegen, von ein bisschen Isotape oder sowas weitest genialisieren, damit es sich zumindest nicht mehr so furchtbar anhört. Stabil, ja, aber es ist jetzt nicht so bombig wie an meiner AK, weil da wird das alles hier, diese Gas-Tube und diese ganze Geschichte, wird ja wirklich mit den AK-typischen Verriegelungshebeln niedergespannt und festgehalten. Und das ist so eine Apokalypsen-Knarre, also da geht halt nichts mehr dran kaputt. So sieht es dann hier drinnen noch das Weiteren aus. Hier habt ihr einen schönen Blick auf diese besagte Schiebehop-Up-Unit. Hier könnt ihr die zwei Madenschrauben erkennen, mit welcher der Outer Barrel hier drin hängt. Also eigentlich eine ganz feine Geschichte. So, jetzt schauen wir, dass wir das Teil wieder zusammenbauen. Ich ziehe den Nachleidehebel wieder im Stückchen zurück. Packen wir jetzt die Gas-Tube, führe sie jetzt hier so ein. Jawohl, Nummer 1. Lass die wieder nach vorne kommen. Schauen, dass sie auch schon in Zapfen sitzt. Jetzt, das können wir erkennen. So, packen wir uns wieder den Upper, fügen den hier vorne auf die Blechlasche drauf. Und jawohl, stecken ihn wieder drauf. Schauen, dass der Knopf hier hinten wieder rauskommt. Und schon ist hier oben wieder alles, in Anführungsstrichen, fest. Das kann zwar klappern, aber die Waffe ist nun wieder schussbereit. Und so quasi ein Rally for Action. Das ist dann so quasi eigentlich die ganze Bedienung der ICS-IK-GR und auch des Schwester-Modells. Das nimmt sich nicht viel, bloß, dass es ein paar coole Anbauteile, Features hat, eben wegen dieses Zweibein. Genau, so, kommen wir zum wichtigsten Punkt, zum Schussverhalten. Auch hier, großes Lob, es ist eine ICS. Hat auch wieder den Tuning-Lauf drin, hat eben den besten Motor für eine Standard-Knarre, den Turbo 3000 von ICS. Traumhaftes Ding, starker Motor, sehr drehfreudig, sehr schnell beim Ankurbeln, Drehmoment stark und auch sehr langlebig. Viele benutzen den Motor als Tuning-Motor für ihre Knarre. Ich persönlich verwende ihn in diversen meiner Waffen und bin mit diesem Motor für einen Standard-Motor absolut zufrieden. Also mit dem hatte ich noch keine Probleme. Tolles Teil, passt perfekt zur Knüfte, also Wunder, Bärchen, wirklich. Genau, wie gesagt, durch diesen Lauf und den starken Motor mit so einer tollen Gearbox, diese ist auch sehr, sehr dicht, habt ihr wirklich eine starke, starke Performance. Ihr habt es ja gesehen, also mit 1,7, 1,8 Joule, die cront ordentlich. Die Präzision ist erstaunlich gut. Klar, wir haben einen vernünftigen Innendurchmesser, wir haben eine vernünftige Lauflänge. Was soll man dazu sagen, 40 Meter, Manu ist Ziel, keine große Schwierigkeit, würde ich jetzt behaupten. Das habe ich schon so beim Schießen gemerkt. Sie triggert sauber, Schienbedarf besteht keiner, zumindest nicht an dieser Gearbox hier. Generell bei ICS habe ich jetzt hier, was Schienbedarf angeht, ehrlich gesagt, keine negativen Erfahrungen. Ich meine, auch meine AK heute wieder, sind die gleichen Internals drin weitestgehend. Das Ding kurbel, du kurbel und schießt und das ist ein Biest, ein absolutes Monster. Und das Teil hier ist keine Ausnahme, hat sogar einen noch längeren Lauf. Und, also, die hätte ich heute beim Spiel auch ganz gern dabei gehabt. Das ist ein ganz geiles Gewehr, sie ist deutlich leichter als meine AK. Aber, halt auch ein richtiger Exoter, also ich finde das Teil total, ja, schön. Es ist ein schönes Sturmgewehr, gefällt mir einfach vom optischen und vom qualitativen her, für die Kohle echt super gut. Ja, sie sind ein bisschen teurer, muss man jetzt schon dazu sagen, also es ist jetzt keine Waffe mehr für 200 Euro. Sondern die kosten schon an die 400, glaube ich, 380 bis 400, irgendwie so. Aber da kriegt man auch was fürs Geld. Also ich meine, bei ICS bekommt ihr ja all of the box ein sehr, sehr spielbares Package. Das kann ich eigentlich bloß immer wieder sagen. Und diese Erfahrung mache ich halt auch, weil ich packe die Dinger aus, schieße die Dinger, probiere mal mit rum. Ich habe viele Privatwaffen von ICS, die ich nutze und all of the box geschossen habe, an denen ich so gut wie nichts verändern musste. Also, ja, das ist einfach wirklich eine feine Geschichte, das ist echt sauber. Das hier ist jetzt zwar nicht der 603er Tuninglauf, soweit ich weiß, zumindest steht nichts im Internet, ich kann es nicht sehen. Aber ICS verbaut Läufe in Tuningqualität, das weiß man einfach und ICS Waffen schießen super, ganz klar. Bin ich echt sehr zufrieden damit. Ganz feine Geschichte. Mein persönlicher Fazit zur Waffe, ja, sie hat ein paar kleine Schwächen, wie jetzt ein paar Sachen, die jetzt mir nicht so gut gefallen, wie diese klapprigen Upper und die nicht zu lange Schiene, sage ich mal. Ich hätte sie gern durchgehend. Es gibt eine durchgehende Version, diese wirkt mir allerdings wieder zu tactical, weil die hier so einen komischen geschlitzten Frontguard hat. Aber okay, das ist alles eine reine Geschmackssache, wie ihr wollt, ganz klar. Das sind für mich jetzt so ein paar persönliche Mankos, aber das ist eigentlich auch nur wieder kosmetisch. Wirklich grobe Schnitzer habe ich keine gesehen, außer die furchtbar wackeligen Magazine, die sie serienmäßig hat. Die sind echt Abfall, sorry, sie fieden, ja, aber sie sind in meinen Augen. Also was die ICS dann gedacht hat und meinte, ja, wir haben heute einen guten Job erledigt, ich mache Feierabend, also nee, das könnte ich jetzt nicht unterschreiben. Damit wäre ich nicht zufrieden mit der Arbeit, definitiv nicht. Aber die Performance rein vom Schussverhalten, ja, top. Also ganz klar, Schulnoten-technisch fürs gebotene Geld kriegt sie da von, ja, eine 1 von mir unbedingt. Haptik kriegt sie eine 2. Ja, der Kunststoff fässt sich eigentlich auch ganz gut an, könnte ein bisschen dicker sein, aber an den wichtigen Teilen wurde nicht gespart. Wir haben Stahl, wir haben Alu, sehr strapazierfähig, auch wenn man denkt, diese Waffe ist filigran, ja, es ist richtig, aber die Waffe ist unfassbar verbindungssteif und stabil und macht einfach auch einen, sorry, sehr, sehr wertigen und, ja, dicken Eindruck an den Stellen, wo es drauf ankommt. Und ich glaube, die ist auch sehr robust, zumindest was ich bisher so gesehen habe, definitiv. Von dem her, feine Geschichte. Also, das wäre eine Waffe, als gesamte Note kriegt das Ding von mir auf jeden Fall eine 2. Auch ist es super schön spielbar hier, jetzt hier im eingeklappten Zustand. Würde es mich jetzt nicht stören, weil sie vom Gewicht her schön ausbalanciert ist. Die ganze Balance an der Waffe ist sehr, sehr gut. Das Gewicht zentriert sich wunderbar hier in diesem Bereich, genau wunderbar, wo ich eigentlich meine 2 Helle dazwischen habe. Auch lässt sich die Waffe noch relativ ruhig mit einer Hand führen, auch wenn es anstrengend ist. Aber sie ist nicht kopflastig, sie ist nicht hecklastig, sie ist einfach super ausbalanciert. Und der Akku kommt eigentlich auch an die wichtige Stelle, das heißt, das Gewicht bleibt hier in diesem Bereich, wo jetzt meine Hand ist, da ist der Schwerpunkt irgendwo in dem Bereich. Also, top time. In diesem Sinne, ich hoffe, das Review der ICSI KGR hat euch gefallen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit meinen anderen Videos. So ist die Tage. Ciao, ciao.